Dienstreisen haben wir von unseren zentralen Standorten in Österreich bis hin zu den Niederlassungen international, natürlich aber auch zu Kunden und in weiterer Folge auch zu Entwicklungspartnern. Ich arbeite normalerweise von Montag bis Donnerstag, fange normal um 7 Uhr an, kann aber auch später kommen. Das ist im Rahmen von der Gleitzeitvereinbarung möglich bei Marco und ich kann mein Studium gut verbinden mit dem Beruf, weil ich eben die Möglichkeit habe, wenn der Prüfungsstress ist, dass ich einfach ein bisschen weniger arbeite, mich mehr konzentrieren kann aufs Studium. Ich bin in der glücklichen Lage zu Fuß in die Arbeit gehen zu dürfen, war es sehr zu schätzen. In Kombination mit dem Gleitzeitmodell, das mir geboten wird, habe ich genug Zeit für meine kleine Tochter und für meine Familie. Die Vereinbarkeit Familie und Beruf wird eigentlich von der Inhaberfamilie vorgelebt und ist definitiv erwünscht und ist auch Teil der gelebten Praxis, wie beispielsweise ein Kollege in meinem Team, der gerade einen Papamonat genossen hat. Wir haben eine Kantine, da steuert das Unternehmen auch einen kleinen Beitrag bei, genau das ist natürlich super. Dann haben wir noch Parkplätze, man hat keinen Stress in der Früh, dass man nicht weiß, wo man sein Auto abstehen kann. Das ist eine gute Arbeit. Die Anonymitglieder wird schon sein. Wir kommen nicht weiter, wenn du ein wenigstens notificationsfinal questo Vielen Dank.